Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Unser Fleisch ist durch. Und irgendwie hat sich hier ein bisschen befreit. Wäre ich jetzt im Bilanzano, weil ich es einfach abgehauen lasse. Und jetzt hat meine Fehler getroffen, die ich haben wollte. Bis bald. Der Fisch ist ja auch nicht. Das stellen wir auch nicht, vielleicht die Dukuni ja vielleicht noch. Da haben wir Böker schön aber auch noch mit. Und das noch mal als Reservier, ich habe ja dabei. Ganz wohl hier nichts mehr, oder? Achja, ich habe ja hier was rausgekommen und das ist noch mal das Fleisch durchsprengen zu sein. Die Eier hier machen wir. Vielleicht können wir das später verwenden. Ich muss die Karte noch mal anschauen, oder? Nein. Doch, jetzt immer noch mal. Aber ich muss erst noch welche ansammeln, wenn ich das nicht. Die Sitz habe ich immer gleich hier rein. Ah, ich folgte das letzte Mal auf Bücher egal, das hast du ja so und ich stier euch Bücher egal. Ich will dann noch einen Charting-Käbel bauen, ich folgte da die Hälte, das hast du ja so. Ich habe jetzt keine Hälfte dabei, man wird ein Bücherregal erst mal. Dreiviertel Stück. Wir brauchen was für den Scharpen. Nee, da ist es. Ich kann alle vier hören. Das werden wir dann sehen. Ich nehme immer noch die Kürbis in die Tür, einfach nur weiß ich kann. Warum leckt das da immer so? ... 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 So, und die Kürze mitnehmen. Vielleicht finde ich auch noch eine Verwendung dafür. Irgendwie hoch wird das Spiel jetzt. Ich habe vorausgefunden, warum ich mich telebrieren kann, weil ich keine Schüttern habe in dem Spiel hier. Und roll jetzt blöd. Das heißt, ich kann mich nicht telekortieren. Ätzend. Aber das Fleisch hat vielleicht nicht. Ich bin glasen. Ich bin glasen. Ich bin glasen. Ich bin glasen. Ich muss erst das Papier machen. Erstmal brauchen wir ja Papier. Alter, wie viel Zuckerrohr ich habe. Nein, er will nicht mal darauf tauschen. Verzau, das Buch. Noch ein Verzau, also ein beschriebenes Buch, dann können wir da noch ins Markt abgreifen. Ich mache ihnen eine Verzauwung. So und die Fähre natürlich noch rein, Buch und Fähre. Ich frage warum der Signior das Buch haben will. Ich habe die Mops ausgestillt, achja. Die sind ja auch dünn. Was geht denn jetzt ab? Guckt euch mal auf die Karte an. Hattet ihr mich verarschen? Was haben die Leute getan? Ist der Zombie-Wohr angesagt oder was? Oh, da ist ein Zombie-MBC. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir zurückkommen sind. Ich weiß auch nicht mal wie. Klamotrank ist doch schwächer, Alter. Nein, ich will jetzt nicht zurückgehen. Ich habe nämlich... Ich habe gerade so ein schönes Entschortchen. Ich muss hier eindeutig Sicht bauen, Leute. Komplett zu, dass hier keiner mehr reinkommt. Und jetzt töten wir noch einmal den MC-B-Wohr. Und jetzt... Woa-oh-oh-oh. Woa-oh. Woa-oh-oh-oh. die 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 ich mache die Radar ich mache die Radar die 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 sind um zu dem den dem dem Und da ging es durchlaufen! Mach mal ein Durstgang hier oben. Das war noch nicht früher gemacht, aber! Das ist vielleicht der Grund Boah, boah, boah Boah, boah Boah und ich habe eines unterhinten, ich bin da dran Das kann ich jetzt machen! Ich trau mich da nicht aus! Ich hab aber kein Waffe, ich hab aber gar nichts! Keine Wüste! Oh Scheiße! Ich bin ein Wärtszombie! Mit dem PC-Steine ist alles zu leben, sie überstecken sich! Gut, dann komm ich denn dabei jetzt. Das ist schon besser, aber wir brauchen keinen Glas. Oh, es wird hell, Leute, es wird hell, ich sehe in unserem Hotel ist noch mal super kratzt. Vunächst mal die nicht starten können. Oh, wisst ihr euch da, endlich, er scheiß Fiechter. Oh, noch Zombie, es sind 3, die wir hier draußen waren. Ja, die verbrennen. Musik 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 so eine verdammte scheiße der Karrie die Hände lebt die 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 Zumal gibt es die Mini-Zombies. Sie haben sie gesehen. Lass mir nur einmal die Deckung auf und dann ist es weg. Ähm. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Keine NPCs mehr da. Was ist das für Schiff da jetzt? Das ist nicht für Schiff da jetzt. Zumal ich zu was aber nur verbacken. Ja. Alter, was sind denn das für kleine Mistfiechter? Oh, du mein bisschen süßen tut. Das ist ein klein Drecksfiechter. Alles tut. Wahnsinn. Oh, da sind doch diese Mistfiechter. Oh Mann, macht euch weg. Oh, da sind doch diese Mistfiechter. Oh Mann, macht euch weg. Was sind das für die Mistfiechter? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Die sind so schnell, die sind so... Oh, ich weiß gar nicht. Alter, was geht ja gar nicht wahr. Oh, ich weiß gar nicht. Das hat euch gleich mal getan. Oh, ich weiß gar nicht wie lange, ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich weiß gar nicht. Oh, das ist gar nicht ganz einfach. Oh, Mann. Die müssen doch mal tot sein. Warum verschwenden die ebenso? Oh, sie sind tot. Und alle NPCs sind auch tot. Lass ja. Alle tot. Ja, hier sind so eine Drohung. Das ist so eine Scheiße, Mann. Was soll... Ey, das... Wo sind meine ganzen Türen, die hier drin waren? Hallo? Du? Deswegen haben die sich vermehrt. Ey, da wird die mich verarschen. Die verarscht mich gerade irgendwie. Meine Türen weggepackt, alles weg. Was ist denn der Scheiß? Ne, das sehe ich nicht ein. Was ist denn? Okay, wir sind hier sie gespawnt. Das ist doch... Hier sind überall Fack Games. Hier ist alles ausgelöst. Das ist gut, Leute. Oh... Es ist ab, ihr Idiot. Es ist kein einziger Einbezieher da. Und meine Türen, warum sind meine ganzen Türen hier weg? Hier waren noch tausende von Türen. Hier, die waren hier alle Döne. Hier, die waren alle Döne. Was geht denn, dass wir alle weg sind? Okay, wunderschön mich nicht mehr vor mehr an die NPCs. Ich bin wunderschön, warum hier nichts mehr los ist. Also. Jesus. Ich bin wunderschön. Oh, ich habe ihn mit dem Zahn Oh, ich habe ihn mit dem Zahn Das Erregasius hört. Ich glaube, wir haben einen Cut noch.